Jetzt! Ja, willkommen Leute zu unserem zweiten Port von Let's Play Titanfall. Diesmal mit meinem besonders guten Freund Benji D. Ach so, ich darf nicht spielen. Hey, was für eine Ehre. Ja klar, Mensch. Nämlich heute ist die zweite Runde und heute wollen wir immer gewinnen. Das haben wir uns jetzt mal so vorgenommen. Und deswegen lasch... Oh, schön Wüter. Hotpoint Herr Chef, schön Wüter Betankungsüberfall am Bahnhof. Das kann nicht wahr sein. An diesem Mal wollen wir es mal gewinnen. Weil gestern war es ja ziemlich arsch knapp. Und heute wollen wir auch versuchen zu gewinnen. Damit wir dann mal natürlich zeigen können, welche die Barbos sind. Ja, aber... Sprich, nicht immer auf jeden Fall zu viel, was du mir halten kannst. Du weißt doch. Ja, das kann schon passieren. Ich würde sagen, wir geben einfach unser Bestes und... Ja, das klingt... das klingt schon besser, Alter. Und es lädt, es lädt... Bedank... Bedankungsüberfall Bahnhof. Hotpoint Herrschaft ICE. Die IMC bereitet sich auf einen Angriff der ersten Milizflotte vor. Die kaum noch Treibstoff hat. Die kaum noch Treibstoff hat. Ey, lass mich mal in Ruhe jetzt... Zögere nicht. Du kannst aus jeder Richtung in deinen Titan einsteigen. Sogar aus der Luft. So, es geht los, mein Freund. Achtung an alle Einheiten. Das ist ein Hardpoint Einsatz. Kontrollieren Sie möglichst viele Hardpoints. Dann die mein Team auf sich tauchen und überlassen. Äh, ja, ich gehe nach Richtung B. Ja, das ist nicht einfach ausregenden Vorbrauch. B wird eingenommen. Äh, Bravo. Sorry. An alle, der Schütze bei Bravo sind online. Wir schnappen uns die Red-Eye. Ah, Juri! Du Wichser, Alter! Ja, toll, jetzt hab ich die Blöden aus, ich halte die Blöden. Ja, schön, ich war gerade tot. Ja, gut. Ich geh nur zu B. Ja, ich geh auch mal zu C. Na ja, richtig, Alter. An alle Einheiten. Die Schütze bei Charlie sind online. Die Red-Eye ist unter schweren Beschuss. Okay, C haben wir, wir haben alle eingenommen. Oh, was ist denn das für ein Assi? Der springt und schießt einer bei C. Ja, wie das? Mit Sicherheit. Sehr gut, Piloten. Rumpfstig die fette Red-Eye ist bei 75% und sink weiter. Wir haben alles verloren. Nee, Quatsch. Komm mal! Komm mal! Ich muss meinen Titan holen. Fuck! Ich bin hinter dir. Nimm mich aber dann beim Titan mit. Alle Einheiten. Charlie sofort zurückerobern. Oh, das wird ein Let's Play, Leute. Das ist mein Titan. Wir bauen unseren Vorsprung auf, wir haben unsere gute Arbeiter und unsere Weifertung. Wir bauen unseren Vorsprung auf, wir haben unsere gute Arbeiter und unsere Weifertung. Ohhhhh. Ich habe jetzt noch sechs Sekunden. Zwei, eins. Verstanden. Ich bin im Titan drin. Zwei, zwei, drei. Wir haben unseren Vorsprung auf die Miliz weiter ausgebaut. Gute Arbeit. Immer weiter. Oh, scheiße. Oh, das ist kein Punkt für mich. Kein gutes Let's Play, Leute. Nein, nein. Oh, das war's. Hey, den hat er mit. Achso, die Ersatzweißen. Das war's. Großartig. Kumpi-Sekretär der Red Line bei 25%. Ich habe einen Titan gekillt. Okay. Okay. Mein Ersatz-Titan wäre online. Ich gehe zu Charlie rüber. Okay. Kann man was von Titan holen? Ja, ich rufe meinen Titan hoch. Oh, Alpha wird angegriffen. Achtung. Alle Einheiten. Wir bauen unseren Vorsprung auf die Miliz aus. Gute Arbeit aus. Zweifel kommt. Komm, aus der Alpha. Moin. Ich habe gerade auf dich geschossen. Aus der Alpha. Yo. Ein Feindgeloot attackiert Sie. Klären Sie Alpha. Feindschutz attack möglich. Ach, das hat jemand abgeschossen, fuck. Bei der Elf ist er noch. Keine Verbindung mehr. Okay. Ich bin zu weit vom Terminal weg. Die Abteilung der Treibstoff pumpen bei 50%. Yo, hoppen. Ja, weh. Und den zweiten hab ich auch. Okay. Ich übernehme A. Ich hab A. Jetzt brauche ich noch Zugriff auf Bravo und Charlie, damit ich alle Geschütze auf die Redeye richten kann. Okay. Auf zu Bravo. Ach, scheiße. Alpha wird angegriffen. Auf zu Alpha. Und ich hab noch einen Titan gekillt zuletzt. Alter. Lesen wir. Geile Scheiße. Wie geil ist das denn? Wir haben nicht mal die Hälfte ihrer Flotte zerstört. 54 Schiffe, das war's. Wie viele davon waren Zivilschiffe? Die Zivilisten von heute sind morgen Rebellen, Sir. Was soll ich jetzt machen? Warten? Beginnen Sie mit der Suche und finden Sie diese Flotte. Graves out. So, Leute, das ist der Stefan hier. Guck dir mal viel zu, wie er spielt. Stefan, du bist jetzt im letzten Leben dabei. Ich hab's gesehen, Dicker. Wir haben die fertig gemacht. Ja. Geile Scheiße. Leute, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like zu unserem ersten Sieg da. Auf jeden Fall, Leute. Und wenn ihr euch alles macht, könnt ihr ruhig ein Abo dalassen. Und man, es würde sagen, man sieht sich in echten Form, wenn es wieder heißt, Titanfall. Titanfall. Jawohl. So, wenn wir morgen jetzt nochmal, eh mal Gewinn oder auch Verlieren seiten, es gehört nur halt mal dazu, ob man nun Gewinn oder Verlieren, bin ich Stufe 4. Aber wir haben die so richtig platt gemacht, oder? Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja gut, ich bedanke mich bei dir, Stefan, für das schöne... Kein Problem. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Bis dahin, ciao.